Ich glaube, neben dem Selbstbildnis ist sicher das dominierende Thema der Frauenakt und den identifiziert man bei Egon Schiele unweigerlich mit einem erotischen Akt. Er hat die erotische Kunst nobilitiert und aus der Ecke des Verborgenen hervorgeholt. Egon Schiele geht es nicht, mit Sicherheit jedenfalls nicht in erster Linie um die Erotik bei seinen Aktdarstellungen. Ganz im Gegenteil, selbst wenn man ein Blatt wie dieses wunderbare Liebespaar sich betrachtet, so hat man zwar auf der einen Seite einen sinnlichen Akt oben drüber liegen, früher hätte man das Vollweib genannt, aber das Ganze ist mitnichten eine Szene körperlicher Liebe oder Zuneigung. Das ist keine lesbische Szene, sondern es zeigt das Scheitern. Selbst bei gleichgeschlechtlicher Liebe gibt es nicht Harmonie und Gleichklang, sondern die darunterliegende Frau ist wie eine Puppe der darüberliegenden Fremd. Sie reagiert auf sie nicht, sie kann ihre Zärtlichkeit nicht erwidern. Es ist die Erotik, die da ins Leere schießt. Es ist ein pessimistisches Weltbild, das wir auch in anderen Doppelbildnissen Egon Schiele immer wieder antreffen, wenn zwei Figuren einander körperlich sehr nahe kommen, aber geistig nicht verbunden werden. Dahinter steht eine spirituelle Dimension des Aktes, die ich heute für wesentlich wichtiger erachte als die erotische. Bei Gustav Klimt spielt die eine Rolle und in seinen heterien Gesprächen. Bei dem größten Produzenten Otto Schmidt in Europa von Pornografika und Sexualfotografie spielt das eine Rolle. Bei Egon Schiele ist das nur ein Nebenthema. Ausatmen 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 Ausatmen